Abfahrt vom unteren Eschijoch nach Besteigung vom oberen Eschihorn und unteren Eschihorn. Sehr fantastisch, super firm, es rauscht, es knirscht, bravo Johanna, super, yes, super, bravo, yes. Hammer, Blick zum oberen Eschihorn, wo wir gerade abgestiegen sind und hier kommt Zara-Lena. Super firm, 9.00 Uhr, Zeitplanung, sehr wichtig. Bravo, Zara-Lena, super, es ist fantastisch, yes, feier, yes, yes, yes. Wir wünschen allen gute Touren, besten Dank.